hey you guys willkommen zurück zu tombrider ich komme gerade frisch aus dem stream ja wir waren hier noch im bergdorf nee das war so das letzte was wir gemacht hatten bevor ich in den urlaub gegangen bin aber ich bemühe mich dass wir wieder dahin kommen wo ich weiß dass wir sind und so weiter aber es wird schon werden irgendwie und da vorne sehe ich direkt schon ein geokache ich muss jetzt erstmal wieder in die steuerung reinkommen ich habe quasi die letzten zwei wochen nichts als assassin's creed und so gespielt wir sind ja auch heute frisch mit revelation durchgekommen zum zeitpunkt der aufnahme dazu ich komme und hol dich ich werde dich da rausholen ich verspreche ich verspreche ich verspreche ok da geht es lang munition am start alles klar vorher gucken uns hier aber natürlich noch drin um so viel zeit muss sein ja ich habe die pump kann so jetzt danke danke für diesen tinnitus junge lara so wir brauchen natürlich wieder bergungsgut wie doof ne ich weiß gerade gar nicht habe ich hier noch irgendwie was was wir machen können oder nicht so nicht so ne da können wir später noch was machen offensichtlich hier war der geo catch ja munition haben wir vielleicht hier noch irgendwie was wir sollten hier die ecken doch schon genauer nee wir haben nichts mehr aber warte mal eben hier munition munition ist immer gut und rüber können wir nicht gebrauchen ja dann ab an die leine ne auf zur rettung von sam ja das ist eine gute frage der tank ist voll das indies auslaufen man das zeug ist gold wert wir müssen es noch rein schütten ja für stärkung das 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 Wow, 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 wow. Bam, Junge. So, wieder Pfeil und Bogen. Gehen wir wieder ein bisschen mehr Stealthy vor. Wir sehen, wie das... Uh, wir haben einen von drei Teilen gefunden für die Schrotflinte. Wir sehen, wie das vonstatten geht, wenn ich nicht Stealthy vorgehe. Das ist meistens nicht Gott. Hier kann ich hoch? Warum kann ich... Nee, hier kann ich nicht hoch. Okay, ich kann doch nicht da hoch. Alles gut. Ach, ich demlack. Ich hätte... Ich sollte auch mal wieder mehr zuhören. Wir hätten einfach die Lampe zerschießen können. Das war dumm. Ich bin tot. Ja, ich weiß. Weil ich dumm war. Okay. Geh mal den anderen Weg entlang. Vielleicht können wir hier was wegsneeten. Geh mal den anderen Weg. Ich bin tot. Komm, da ist irgendwas. Habt ihr gehört? Habt ihr's gehört? Ich muss zur Hölle. Wer schießt auf mir? Ah, da. Uuuuuh. Das tue ich nicht. Okay, ich muss mich gerade echt wieder an das Controller-Zielen gewöhnen. Ist ja grausam. Ich habe ja im Urlaub ein bisschen Horizon Zero Dawn gespielt, habe da aber nur mit Maus-Tastatur gezielt. Das merke ich gerade. Und das ist vehement. Einmal vollladen. Und natürlich mit dem Bau am besten. Hatte ich noch Gegner hier oben drin oder was? Nee, hier hatten wir nichts mehr. Okay. Oh, warte mal. Was sieht man denn zu einem Zadlerauge? Munition! Die Firma dankt. Oh Gott. Ich halte das für einen Fehler, Lara. See? What did I say? Oh Gott, Lara. Das geht auch nie und nimmer gut aus. Oh, shit. Wow. Okay. Äh, ausweichen. Ausweichen. I don't see. Oh, shit. Nein, böse. Und, äh, wo bin ich? Oh Gott. Lara, 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 bitte. Yeah, Pump Connection. Nein, geh weg. Das, das. Aua, 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 aua. Warum muss sie bei allem, was sie macht, so laut sein? Oh, nicht gut. Da kriege ich gerade Jurassic Park Flashbacks. Hat ja genau gepasst, ne? Äh, das war nichts. Oh Gott. Oh, shit. Weiche aus, Baby. Weiche aus wie der Wind. Alter. Lara, ohne Scheiß. Warum musst du Sachen so verkomplizieren, indem du solche Sachen tust? Wieso tust du das? Okay, da ist, äh, okay. Ne, nicht hier. Du, du warst. Du, oh Gott. Lara, es ist ein Wunder, dass du noch lebst. Bleib erst mal im Wald und komm wieder klar, bevor du, äh... Ja, meine Damen und Herren, so sieht das aus, wenn Lara Croft querfällt, eingeht, ne? Äh, Barackenstadt. Boah, Lara, ohne Scheiß, ne? Jetzt hör doch mal auf hier von einer. Ja. Offene Wunden. Durchsuchen Sie die Rettungssuchra. Ein Gefangener hatte sich in der Werkstatt gesteckt. Der Somalier nimmt den Weg gerade vor. Das ist mit dem anderen. Wir schlagen nichts. Wir müssen weiter suchen. Hey, bring uns den Schopper an. Oh, der Gestank. Ja, das ist für deine offenen Wunden bestimmt super. Just saying. Sag mal, tut das nur, dass ihr das da so macht, da oben? Das rumpelt und pumpelt hier unten, aber das sage ich euch. Können Sie dir nicht wenigstens anständig entsorgen? Somalia, der ist total durchgedreht. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Mann. Aber er kommt nicht mehr. Was ist mit ihm anders? Wir haben Sie in die Höhlen gesperrt. Ich verstehe nicht. Wochen ist Vater mit Frau, ob Sie am liebsten? Wegen des Mädchens. Sie wollten Sie retten. Was sei es, will Sie vielleicht als Druckmittel einsetzen? Schatz, Schatz. Ich hoffe, Sie sind die eine. Wir haben so lange gelassen. Bald wissen wir es. Die Zeremonie ist bei Sonnenuntergang. Wachposten oben haben wir nicht dein Ernst. Habt ihr gehört? Hilf dir mal, einer! Okay. Böh. Immerhin haben wir Loot gekriegt dafür Eigentlich könnten wir jetzt weiter vorlaut vorgehen, ne? Ich meine, wir waren gerade nicht besonders leise, ne? Yeah, wir haben drei von drei gefunden für Gewehr, heißt wir können das Gewehr upgraden, wenn wir das nächste Lagerfeuer finden Oh, Moni? Nee, brauchen wir nicht, okay Junge, dass die noch gerade auslaufen kann, die Lara, ne? Nach dem Absturz und allem, was die jetzt schon hinter sich hat, meine Fresse, da Wir brauchen Bergungsgut, liebe Leute Gebt uns Bergungsgut Oh, da hat's aber Da ist er richtig gesprungen, der gute Mann, ne? Ja Oh, warte, warte Was wir hier machen müssen, ist klar Dass die überhaupt das Ding so noch aufgezogen kriegt, ne? Entschuldigung Feuerzeug! All das nur für ein Feuerzeug Oh, das ist Ah, ich glaube, sie hat jetzt auch noch eine Idee fürs Upgrade. Feuerpfeile, yes. Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Ross. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Ja, das kann jetzt was werden doch. Was ist das? Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR ZACK Okay Du blöde Sau Shit Okay, ich seh schon Ich bin sehr, sehr eingerostet Mit Kontrollerscheirung Oh, da sind sie geflogen Ich bin sehr, sehr, sehr Ja, wie ist denn hier auf mich Da ist er geflogen, der gute Mann Ich bin sehr, 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 sehr Woher, wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Ach da Boah, Hilfe Leute, beruhigt euch doch mal wieder alle hier Ist jetzt gut? Meine Herren, du Junge, Leute, kommt doch mal klar, ey Erstmal durchatmen Und wir machen hier definitiv dann Feierabend vor heute Leute, ich sage an dieser Stelle zu euch See you guys Und ja, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Tomb Raider Hey you guys, hat es euch gefallen? Gut, nun gibt es ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst Regel 1, das Video wird nicht geteilt Regel 2, das Video wird nicht geteilt Regel 3, lass ein Däumchen da Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren Denn wir sind das, was nötig ist Wir sind das, was du brauchst Wir sind Core Gamer Production Wir sind das, was du brauchst